So, du bist schon wieder nur im Zocken, ne? Hey Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gute Nicht in Berlin zusammen heute mit Fabian. Hallo. Sind wir auf dem Weg gerade in Richtung Bielefeld und ja jetzt hier gerade auf dem Rasthof mal ein bisschen pieseln, ne? Klar, muss auch mal sein. Wir pennen auf jeden Fall diese Nacht im Auto, denn wir haben noch einen Plan für unseren Bulldog. Es gibt noch Zubehörteile, die wir an unseren Bulldog anbauen möchten von der Firma Enderec und die besuchen wir tatsächlich morgen. Und dafür machen wir heute so einen kleinen Männer Roadtrip. Ja, darauf freue ich mich. Freust du, ne? Pennt die Nacht im Auto. 100 Kilometer haben wir schon geschafft und morgen geht es für uns zur Firma Enderec. Da bauen wir ein bisschen Zubehör. Ich will noch nicht zu viel verraten. Gut, aber denke ich mal ganz spannend und da bin ich mal gespannt, wie es heute so läuft. Wir beide ganz allein im Bulli. Ja, sehr cool. Ey, war mega, oder? Ey, ich freu mich auf die Bolle. Ja, komm. Könnt ihr das sehen, Leute. Fehler Standteils. Und meine ganze Camper Unit ist abgestürzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns die Nacht den Arsch abgefroren haben. Ey, da machst du einmal einen Trip mit deinem Kind, ja? Einmal. Und dann versinkt das ganze Ding im Chaos. Freunde, wir sind erfolgreich bei Enderec gelandet und jetzt geht es gleich los. Wir kriegen einen ganz besonderen Raum zur Verfügung gestellt, wo wir das Zubehör für unseren Bulli Bulldog gleich anbauen werden. Dafür muss ich mich aber noch ein bisschen betätigen und du hilfst mir mal. Ja. Also ein D-Rack hat uns einen extra Raum zur Verfügung gestellt, wo wir gleich das Zubehör montieren können. Schaut euch das an. Besser geht es ja wohl nicht, oder? Ja, Leute, da ist er. Das ist der Grundträger von dem Original Volkswagen Fahrradträger und der wurde jetzt von der Firma Enderec zum einen schwarz gepulvert und zum anderen hat man hier diese Querstreben noch entwickelt, wo wir jetzt gleich unser Zubehör anbauen. Also erstmal müssen wir den alten Träger abbauen, der auch ziemlich schwer ist. Da ich weiß, dass ich keine Fahrräder damit transportiere, reicht mir letztlich dieses Grundgestell, wo ich dann mein spezifisches Offroad-Zubehör drauf montieren kann. Und genau das machen wir jetzt. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Sechskantschlüssel. Ganz wichtig. Jetzt nehmen wir den Fahrradträger ab. Das Einzige, was ich jetzt nicht bedacht habe, ist natürlich die Tatsache, dass ich meine Folie da ein bisschen drunter leiten könnte. Na ja, okay. Komm, dann bleibt der Träger einfach das ganze Jahr über dran. So soll es sein. Ist ja auch ein Offroad-Bulli. Bulldog, um genau zu sein. Ich habe es geschafft. Hat jetzt im Moment gedauert, weil du jedes Mal rechts, links immer wieder so einen Millimeter nachjustieren musst, weil das Risiko besteht, dass die Halter nachher die Rückleuchten kaputt machen, wenn du dann richtig Heckklappe zumachst. Und was ich auch nicht mit bedacht habe, also auch wieder einen Schritt weiter, dass natürlich durch die Bewegung und durch den Druck von den Haltern mir auch die Folie so ein bisschen aufgewählt wird. Also ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr ohne Halter fahren, außer ich lasse die ganze Heckklappe nochmal neu folieren, wenn ich ohne Halter fahre. Weil ich bin ja so ein totaler Perfektionist. Aber es sieht mal mega aus. Ohne Quark. Mega. Dieses Schwarzpulverbeschichtete. Dann mit den Querstreben. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu dem Zubehör, was ich ja vorhin schon meinte. Das gucken wir uns mal ganz genau an. Was gibt es da zu beachten? Was ist das für ein Material? Und für was ist das eigentlich wichtig? Dazu kommen wir jetzt. Ja, neben mir steht jetzt gerade der Nico von NDWake. Erstmal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und du gibst mir gleich ein bisschen Input hier zu dieser Reserverad-Halterung mit diesen tollen Fittingen, die ich gleich an unsere Halterung anbaue, die ihr ja nochmal optimiert habt. Also es ist ja der Original VW-Träger und dann habt ihr quasi diese Querstreben entwickelt, wo wir jetzt gleich dieses Zubehör anbauen werden. Was kostet jetzt erstmal unter anderem diese Reserverad-Haltung für mein Auto? Stand heute 23, 179 Euro inklusive Fitting. Komplett aus Edelstahl, schwarzpulverbeschichtet, mit eingebrachten Gewinnen. Wenn man sich das Material mal ganz genau anguckt. Erstmal Edelstahl, ganz wichtig. Wir wollen ja nicht, dass es uns unterm Hintern wegrostet. Es wiegt natürlich ein bisschen was, weil natürlich auch so ein Reserverad, gerade wenn du auf Offroad gehst, mal schnell einige 20, 30 Kilo wiegen kann. Die Muttern, man sieht überhaupt keine Schweißnähte, es ist wirklich sehr sauber pulverbeschichtet. Wir haben hier keine Kanten oder scharfen Ränder. Ziemlich interessant für Leute, die nicht unser Erweiterungskit haben, sondern nur Airline-Schienen hin installieren. Hier hast du die Möglichkeit, den Abstand der Airline-Schienen einzustellen. Bekanntlich ist der Sprung bei den Airline-Schienen immer 25 Millimeter und somit kann man nicht Millimeter genau einstellen und hier landest du exakt auf 375 Millimeter. So, also wir haben jetzt die Reserverad-Halterung angebaut. Hat einen Moment gedauert, aber Nico, mega nett, hat mir jetzt echt viele Sachen auch erklärt. Gerade was auch die Entwicklung und die Produktion gerade von solchen Produkten betrifft, zu einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis. Jetzt machen wir erstmal weiter mit der Reservekanister-Halterung. Die ist komplett aus Aluminium gefertigt und man merkt schon, dass die auf jeden Fall wesentlich leichter ist. Die gibt es einmal entweder für die linke Seite oder für die rechte Seite und somit kann man auch super variieren, je nachdem, wo man am Ende das Reserverad haben möchte. Wieder unsere Fittinge, ganz wichtig. Und dann haben wir hier noch eine Halterung, aber das wird mir Nico bestimmt gleich erklären. Und das ist jetzt die Reservekanister-Halterung von Endirekt. Und was ich extrem cool finde, aus Aluminium gefertigt, sehr, sehr leicht, Schwarzpulver geschichtet. Und auch hier wieder keine groben Kanten, alles sauber verarbeitet. Also da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Das bauen wir jetzt als nächstes an. Sag mal Nico, was mich jetzt wirklich interessiert, wozu brauche ich denn die Halterung hier? Gute Frage. Warte mal. Das wollen wir jetzt ein bisschen zu spontan. Kannst du es mir bitte erklären? Für doofe. Du fehlst den dort ein, tust den hier durch und hier könntest du jetzt einen Vorhängeschluss dran machen. So, und dann haben wir ja noch diesen Spanngurt. Erklär doch mal ganz kurz, wie funktioniert denn das System jetzt? Ein Kanister wird hier reingelegt, kann gesichert werden, muss nicht und wird einfach nur in diesen Öffnungen hier mit dem Spanngurt einmal durch und wird hier oben dann drin befestigt. Und die Sicherung dient ja jetzt quasi einfach nur noch zu, aber den Kanister trotzdem noch mal zusätzlich zu sichern? Absolut, ja. Das ist wie so eine Art Notfallstrick. Okay, und wenn man sich die Spritpreise anguckt, macht das schon Sinn auf jeden Fall zu sichern? Kommt, wir bauen das jetzt einfach mal an. Ja, Leute, sieht das nicht gut aus. Also, Erweiterungskit, dann die Kanisterhalterung und jetzt noch die Reserverad-Halterung. Und das, was ich jetzt hier habe, das ist ein Radbolzen. Und den werde ich jetzt da reinschrauben und dann werden wir mal eine Felge ranmachen, damit ihr mal seht, wie das eigentlich am Ende komplett aussieht. Das ist aber so ein bisschen Trick 17, was du jetzt hier gerade machst, ne? Ja. Hast du das gelernt? Nein. Ist einfach so gekommen, ja? Ja. Okay, mega. Okay, Freunde. Also, wir sind fertig mit unserer Komplettmontage hier bei ND-Wake. Es wird Zeit, dass ich euch ein paar schöne Bilder kredenze. Mega. Besser geht's nicht. Leute, ich dachte gerade, es wäre vorbei. Da kommt der Nico hier um die Ecke mit zwei dicken Paketen. Es gibt hier noch einmal Kali Dachträger und die Max 110 Box, die wir jetzt gleich aufs Dach montieren werden. Ich bin schon sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch. Du solltest es hier hinwerfen. Ja, das war daneben, aber es macht nichts. Wenn man es nicht weiß, könnte das bis zu 15 Minuten brauchen. Das ist Lockertrick 27, würde ich mal sagen. Ja. Der aber bei uns auch beschrieben ist in der Anteil. Nee. Ihr habt euch den nicht patentieren lassen? Was ist los? Das darf jeder machen? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Jetzt kommen wir zu der versprochenen Überraschungsbox. Das ist ein ganz schönes Fund. Da kannst du theoretisch ja auch die Angel, eigentlich alles reinmachen. Ja. Da habe ich ja ordentlich Platz. Das Ganze ist jetzt wasserdicht. Ja. Ganz wichtig. Genau. Und sogar mit einem Ausgleichsventil versehen. Druckausgleichsventil. Druckausgleichsventil. Was kostet das, wenn ich fahren darf? 229. 229 Euro. Ist von der Qualität her super. Also auch von der Materialstärke und von der Materialdicke. Ist schon was ordentliches. Jetzt kommen die coolen Sachen. Aber anderen nehmen den Hammer. Du nimmst deine Hand. Läuft. Da. Dände Da. Ga mit! Da Gum Da. Da Da. Da. Da Da. Da. und richtig stabil super leute wir haben es geschafft beziehungsweise nico hat es geschafft war jetzt so nett und hat mir jetzt hier diese dachbox angebaut ich bin der erste der sie so fahren darf mit quasi den kaliträgern wie wir jetzt hier angebaut haben und zusammen mit der 110 max box ja leute das war es jetzt mit unserem bulli spezial unserem bulldog spezial um genau zu sein hier bei der firma ndwag also ich möchte mich noch mal recht herzlich beim nico bedanken für dieses tolle zubehör für meinen bulli ich feiere es ganz hart wir waren jetzt gut vier stunden lang hier und ja ich bin ganz ehrlich der nico hat mehr gemacht als ich und am ende weiß er ja am besten wie man die sachen an den bulli ran bekommt ihr habt aber natürlich bei jedem artikel den ihr hier bei ndwag bestellt und ich verlinke euch das unten noch mal in der video beschreibung eine vernünftige beschreibung mit dabei nicht wie bei den laser lights da müsst ihr euch keine gedanken machen ja und ja es gibt noch made in germany hier wird gefertigt hier wird in der umgebung produziert mit zulieferern zusammengearbeitet und das ist es doch und das ganze zu einem bezahlbaren preis ja jetzt macht ihr bitte nur noch eins wenn ihr nähere informationen wissen wollt und haben wollt geht bitte unten in die video beschreibung ich werde euch alles noch mal entsprechend verlinken ich sage danke dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten mal wieder hier bei den scooter hin nicht in berlin wie ich immer so gerne sage bis dahin